so willkommen zurück bei minecraft paintball ich habe mich jetzt gerade eingeloggt und da regnet es schneit es ist schon regen paintball gespielt kurzerklärung zum spiel also diese schneebälle das sind die paintball und wenn man einen spieler mit einem mal getroffen hat dann ist das ein so klicken wir uns einfach mal rein fünf sekunden nicht bewegen so ich bin einem zufälligen team beigetreten ja ich könnte mir das jetzt auch noch aussuchen wo ich also mit slash pb red oder blue aber aber ich nicht so wie schon erwähnt es ist hier der block city server 3 so ich bin im team blau welchem team ihr seid das seht ihr immer entweder an euren gefärbten leder sachen ihr könnt die rüstung auch nicht ausziehen oder halt an der wolle so wir gehen jetzt einfach mal raus schnappen uns die dreck säcke da hier ist der swanfreund der blauen so dann geht es jetzt hier raus regnet es müssen wir hier aufpassen ja es wurde ich nämlich erwischt ich habe noch zwei respawns mal gucken die chunks laden gerade nach das ist gerade nicht so gut ich mache den sound mal ein bisschen leiser damit ihr mich dann auch versteht der regen minecraft ist immer nervig so nicht in lava fallen so da hinten zum beispiel wow da wurden wir erwischt ja ihr könnt euch ja auch spezielle waffen kaufen aber erst habt bestimmten ringen und das sehen wir dann an unseren hier bei deine dort dein geld deine dollar eine euro eine dollar so bringen wir uns mal ein bisschen in sicherheit laufen wir mal ein bisschen rum ja die runde geht nur 80 sekunden das seht ihr dann unten an euren level status also an uns eigentlich schon auch xp das ist jetzt mal nicht die xp sondern das ist jetzt mal die da haben wir eine erwischt das ist jetzt mal nicht die xp xp weiß ich bin raus das ist jetzt mal nicht die level leisste sondern jetzt habe ich es mal nicht die level leisste sondern die zeit leiste kennt ihr vielleicht auch eine geschichte unterricht zeit leisten hat man ja ja auch immer mal gemacht das wasser hier ist neu glaube ich ich weiß es nicht ja die runde geht es noch 26 und noch 25 sekunden 20 so wie es aussieht sind gar nicht mehr viele hier und habe ich ihn leider hat mein team verloren ich würde sagen wir hängen einfach direkt mal noch eine runde dran was meint ihr so jetzt zeige ich euch das mal slash pb red jetzt sind bin ich jetzt schön du bist team rot beigetreten slash pb jetzt bin ich wieder ein zufälligen team weil ich ich liebe die überraschung wisst ihr ja ich bin ja sowieso in rot 1 4 3 1 1 und los geht ja das ist das jetzt gut ist natürlich auf der anderen map wo irgendeiner hat hier extremen langweil gehabt jawohl da haben wir jemanden erwischt und da wurden wir auch von jemanden erwischt sperrfeuer 1 2 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 5 5 5 6 6 8 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 14 15 15 15 16 15 dann haben wir noch ein bisschen ihr habt hier 4,64er stacks ja ja unser team hat gewonnen da haben wir noch mal glück gehabt so ich würd sagen einer geht noch einer geht noch rein ich hoffe ihr habt das nicht gehört ich hatte das Mikrofon kurz ausgestattet 4 3 2 1 und wir spielen dann wieder Paintball und los geht's oh da hat er mich erwischt das war anders geplant alter ich will das auch was der da hat Sniper Bahn Grenade Rocket Launcher das ist bestimmt der Rocket Launcher Mine Pumpgun Speed Shotgun ja das ist alles so ja das hat auch kurz leuchtet der Mond geht auf der 5-Begge Redmond wir machen jetzt einfach mal das Spiel hier noch jawoll da haben wir ihn erwischt da sind welche aus unserem team ja sorge das da hinten ist einer und da haben wir ihn erwischt auf dem wahlkonto ja haben wir wieder gewonnen so ich würd sagen das war's erstmal für heute wir sehen uns dann in der nächsten so hier ist der Ultor 701 ja jetzt geht's los machen wir mal das Licht hier ok baby ja komm spielen wir die eigene Runde noch los geht's war zwar jetzt ungeplant aber damit das Professionell rüberkommt machen wir die Runde hier noch komm vielleicht gepirn wir dieses mal auch schneller als vorhin Alter ja ja das war's dann auch der Robert Goku und der ich weiß nicht ja dann sagen wir mal tschüss und bis zur nächsten Folge frauen minecraft minecraft war